herzlich willkommen zu einem neuen video auf unserem kanal mein name ist christoph von der firma autopartner und heute stelle ich euch den vw atlas cross sport vor wir haben vor einiger zeit schon mal vw atlas da gehabt den habe ich euch auch in einem video gezeigt und jetzt haben wir den cross sport hier der cross sport ist quasi die version mit dem schräg heck oder die coupé version wie man ihn nennen möchte kann man sich dann selber überlegen aber jedenfalls ist es der atlas mit dem schrägen heck hinten dran wir fangen jetzt von innen einmal eben an zeige ich euch mal eben typische vw ansicht ist natürlich ein amerikaner deswegen haben wir hier die beiden doppel anzeigen im tacho wieder den cross sport gibt es offiziell in deutschland gar nicht zu kaufen sondern nur als import aus den usa wie den atlas mit dem normalen heck auch wir sitzen jetzt hier in der kleineren motorisierungs variante das heißt in dem zwei liter mit 235 ps achtgang automatik getriebe und der macht schon spaß der ist knapp fünf meter lang und ist halt was anderes sieht auf den ersten blick so ein mini bisschen aus wie so ein touareg aber auf den zweiten blick sieht die front doch ein bisschen anders aus müssen anders gezogen und durch das heck also es ist dann doch ein auto was man nicht an jeder straßenecke sieht und was halt wirklich außergewöhnlich ist bevor ich euch jetzt permanent erzähle wie das von außen aussieht einmal eben noch den innenraum wir haben hier unmengen an platz also das ist wirklich wirklich viel und wirklich groß auch kommt mit hier das ist jetzt hier die kleinere display variante da gibt es auch noch eine große version von aber die sitze sind wirklich gut schickes design ist jetzt stoff ist jetzt hier in dem fall kein leder ich zeige ich aber mal eben wie man hinten drin sitzt wenn ich jetzt hinten aufmache also da ist schon ordentlich platz für den erwachsenen wenn ich mich jetzt hier einsetze mit meinem 1 80 sieht man sind sich schon gut und ich habe gerade vorne auch sehr gut gesessen also ist jetzt nicht so dass ich mich vorne reingequetscht habe sondern auch da habe ich wirklich gut gesessen also hier ist absolut ordentlich platz zum vordermann sehr angenehm kofferraum haben wir auch büßt man natürlich dann etwas ein weil halt hier oben natürlich das schräge dach dann kommt oder das schräge heck kommt wir haben da keine große heckklappe mehr wie es vorher hatten so von außen so sieht er aus mit dem schräge meine persönliche meinung das ist alles im moment diese mode oder was heißt diese mode aber diese phase von allen autos gibt es im moment irgendwie eine coupé version oder eine version im schrägheck ob das jetzt ein vw atlas cross sport ist ob das ein lamborghini urus ist ein cayenne coupé ist also im moment kommen viele es so wie es mit dieser schräge variante die haben alle finde ich optisch auch so ein bisschen was ähnliches aber die front ist halt modern frisch und sieht gut aus und auch hier von der seite nochmal also ist ein großes auto definitiv es ist lang und er bietet auch viel viel platz rückfahrkamera haben wir auch dran kofferraum wenn wir aufmachen ist trotzdem groß also es ist immer noch viel viel platz da drin das ist verdammt tief überall noch so kleine seiten ablagen also es ist alles in allem ein wirklich großes großes auto was ich immer sehr cool finde und es ist auch mal was außergewöhnliches man sieht ihn nicht an jeder ecke wir haben den cross sport noch nie gehabt bei uns ist im moment der erste und ich vermute aufgrund der aktuellen corona beschaffungsmöglichkeiten in amerika auch vorerst der letzte den wir davon kriegen also ist erster und ist halt außergewöhnlich und cool bei dem 200 ps motor ach bei dem 200 ps motor bei dem 2 liter motor mit den 235 ps kann man sich jetzt überlegen ist das genug oder ist das nicht genug für so ein auto die alternative zum 2 liter wäre der 3,6 liter v6 den hatten wir in dem letzten atlas der war auch gut jetzt haben wir zwei liter kann man nur testen und ausprobieren ich finde er ist spritzig und kommt gut aus pötter wie man das immer so schön sagt also ich finde es ein gutes gelungenes auto ist meine alternative und hält sich hat natürlich preislich auch in einem rahmen der vielleicht noch bezahlbar ist wenn ich mir jetzt andere autos angucke in ähnlichen größenordnungen da steigen wir ja in preis hemisphären auf die sind ja noch mal eine ganze ecke weiter weg von dem preis den wir hier haben also der kostet knappe 38 39.000 euro und dafür kriegt ihren 20 20er auto in einem bombenzustand den auch einfach kein anrad deswegen link vom auto setzt sich unten in die beschreibung und wenn ihr fragen dazu habt oder eine probeform machen möchtet oder 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 dann kontaktiert mich gerne keine falsche stüchanheit und ich bedanke mich bei euch wieder mal fürs zuschauen bleibt gesund lasst mir gerne ein like oder ein abo da danke bis zum nächsten mal